Aus und wahr. Aus und wahr. Aus und wahr. Das sieht aus? Ok. Dann sind große Schritten, und dann sieht man auch schon, der erste an der Rende ist, aber Mario Alec, der lässt sich aber nicht so die Butter vom Brot nehmen. Aber, was war das Problem? Geht durchs Wasser, kriegt eine riesen Ladung ab, geht da nicht aus den Brot. Das ist ja nicht so ganz, aber wie gesagt, die Butter vom Brot ziehen ja die Luft- und Elektronen an, und so mit dem Wasser, und so weiter. Das kommt ja, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und so weiter! Auf undfahren! Vielen Dank.